Der folgende Tipp ist so einfach. Es kann sein, dass du gleich anfängst zu lachen. Aber dieser Fehler wird nicht nur durch Anfänge gemacht, sondern durch viele, viele Golfe. Und es geht um Längekontrolle. Längekontrolle ist entscheidend, wenn wir viele Swipads oder besser schaffen wollen. Was ich stark vorschlage, ist, wenn du zum Grün läufst, schau dir das gesamte Grün an und schau, ob du, hier kommt es, ein Bergauf oder Bergab. Das ist so hilfreich, wenn man über dem Ball steht. Es gibt verschiedene Stufen. Und das ist nur ein leichter Bergauf-Patt für mich jetzt. Und jetzt weiß ich, dass ich nur ein bisschen mehr Schwung brauche. Okay, so mit diesem Wissen schauen wir, ob ich die Länge so gut hinbekommen kann. Fast. Okay, es sind die einfachen Dinge, die uns helfen, besser Golf zu spielen. Okay. Okay. Okay.